Vier Dehnübungen, die du als Radfahrer auf jeden Fall machen solltest. Du siehst in der Abbildung, dass durch deinen Radsport der Körper einseitig belastet wird. Hier kann es zu muskulären Verspannungen kommen und diese kannst du auflösen, indem du dich wirklich bewusst dehnst. Ich zeige dir eine Übung für deine Handgelenke, Schulter, Brustwirbelsäule, eine schöne Übung für die Oberschenkelmuskulatur und ganz wichtig, es wird oft vergessen, Dehnung deiner Schienbeinmuskulatur, um das Sprunggelenk zu mobilisieren. Die erste Übung ist eine Entlastung für deine Handgelenke. Du machst Fäuste, Finger um die Daumen und dann drehst du einfach die Handgelenke achtmal jede Richtung. Und diese Entlastung der Handgelenke ist notwendig, egal wie deine Sitzposition auf dem Fahrrad ist, egal wie ergonomisch auch dein Radlenker ist. Eine zweite schöne Möglichkeit, um die Handgelenke zu dehnen, einfach eine Faust machen und dann ziehst du die Faust nach unten zu dir heran und jetzt bist du hier in einer schönen effektiven Dehnung. Und das hältst du für fünf Atemzüge und machst das auf der anderen Seite. Die zweite Übung, ich nutze einen Hocker. Du kannst es zu Hause aber auch gern am Schreibtisch oder am Fensterbrett üben. Es ist eine der effektivsten Schulterübungen, die gleichzeitig den Rundrücken vermeidet, indem du dich aus deiner Brustwirbelsäule aufrichtest. Du platzierst die Ellenbogen auf der Tischkante und dann geht dein Kopf zwischen den Oberarmen durch. Und ein Rundrücken würde so aussehen. Und die Übung hilft dir, dass du die Brustwirbelsäule verlängerst. Vermeide ein Hohlkreuz, Bauchdecke aktiv. Und jetzt drückst du die Handflächen fest aneinander, die Ellenbogen gegen den Widerstand und damit kannst du jetzt die Schultermuskulatur dehnen und dein Rücken wird wunderbar entlastet. Bleib hier für eine Minute und dann entsprechend auf Lösen. Übrigens, ich habe für dich eine siebenteilige Dehnroutine für deinen Radsport entwickelt. Das sind sieben Videos, wo du ganz zielgerichtet die einzelnen Körperbereiche dehnen kannst. Und damit du es leicht hast, gibt es ein kostenloses PDF. Hier kannst du einfach entsprechend die einzelnen Videos anklicken. Du findest das PDF kostenlos zum Download in der Videobeschreibung. Jetzt geht es weiter mit der dritten Übung, die Oberschenkelmuskulatur. Die sind durch das Radfahren oft hart und verspannt und es braucht eine Dehnung. Du kommst auf deine Knie, kannst dich gerne auch an der Wand abstützen, wenn du deinen rechten Fuß nach vorn ziehst oder mit dem Hocker. Und dann beugst du das linke Bein. Die linke Hand geht an den Spann. Und jetzt ist es ganz entscheidend, dass du nicht in ein Hohlkreuz gehst, ausweichst, sondern um die Oberschenkel zu dehnen, braucht es einen langen unteren Rücken. Das bedeutet, Steißbein nach innen ziehen, Bauchdecke aktiv, das Becken leicht aufrichten. Und jetzt drückst du deinen Spann in die Hände und gegen diesen Widerstand bist du jetzt in deiner Oberschenkeldehnung angekommen. Atme ruhig und gleichmäßig, bleib für eine Minute in der Position und dann wechselst du und übst das auf der anderen Seite. Die vierte Übung wird deinen Schienbeinmuskel dehnen. Dazu kommst du auf deine Knie. Und jetzt achte darauf, dass Schienbeinspannen in Linie kommen. Wenn die Schienbeinmuskulatur verspannt ist, geht das vielleicht nur bis hierher. Wenn dich das sehr beansprucht, dann könntest du eine Decke unter den Spann legen und jetzt schieb dein Gesäß nach hinten und du setzt dich auf die Fersen. Ist dir das auch zu viel, könntest du eine zweite Decke unter dein Gesäß legen. Jetzt hast du eine wunderbare Dehnung, deiner Schienbeinmuskulatur. Und wenn du das ein bisschen intensivieren möchtest, machst du folgendes. Die linke Hand aufs linke Knie und so ganz leicht das Knie nach oben ziehen. Bleib hier für eine Minute, atme ruhig und gleichmäßig und dann übst du das auf der anderen Seite. Ja, das sind die vier Dehnübungen, die du auf jeden Fall machen solltest. Meine absolute Empfehlung an dich. Lade dir unser PDF runter und übe die einzelnen Videos für dich. Und das erste Video der Dehnroutine findest du hier. Viel Freude mit den Übungen.